Da sind wir wieder und der Offizier rennt sich hier einen zurecht. Wir müssen den hier hinlocken. Weiß noch nicht genau wie. Vielleicht war die Stelle doch scheiße, die ich mir ausgeerkoren habe, um den anzulocken. Moment, ich kann ja mal... Na, er hat mich gehört. Scheiße, der hat ihn nur gesehen. Ah, der ist viel zu weit. Ich muss den hier hinlocken. Mit den Steinen. Ja, komm. Hier ist auch da lang. Ist mir auch egal. Na, komm. Komm, komm. 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 Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Zerfetzt. Das war Nummer eins. Eins von fünf, jawohl. Geil, hat funktioniert. Okay. Okay. Müssen wir da mehr hin. Huch. Sind hier hoch. Eben Sachen einsammeln. Er hat ja noch die Dingens hier. Die, ähm, Dienstpläne. Aber eigentlich brauchen wir eh nur noch verschiedene Dokumente und ein paar Briefe und so. Wir sind meistens eh in den Häusern drin. Ich komme hier nur nicht in alle Häuser rein. Das ist das Problem. So. Das war das erste Hauptziel. Äh, ja doch. Kameras. Die sind auch irgendwo hier. Ja, eine Kamera ist hier hinten. Hier war auf jeden Fall irgendwo eine Kamera. Gar nicht wo. Ah ja. Und den Checkpoint. Ist das da unten der Checkpoint? Da ist der Checkpoint. Okay, das heißt, am besten wäre, ich würde mich um den ganzen Kram kümmern. Oder mich um den hier. Das heißt, ich arbeite mich in Richtung Süden vor. Hier zu dem Turm. Und hole mir hier unten den Offizier. Ich arbeite mich dann weiter zu dem Offizier. Ich glaube, das ist die beste Variante. Das ist das Gebiet ja auch gar nicht kennen. Weil da gibt es so viele Mittel und Wege, die Typen alle umzubringen. Um mich anzuschleichen und andere Sachen zu machen. Das ist echt krass. Was ist so viel los? Ach, den kennen die noch gar nicht, den Typ. Den Werten. Gottfried Seidel. Und den hier kenne ich auch noch nicht. Den Werten. Lorenz Pohl. Diese Möwe kannte ich auch noch nicht. Hm, Orangen. Lecker. Lecker, lecker. Ich schmelde mir in das Haus. Und was hier so... Oh, TNT. Da soll ich vielleicht nicht drin rumstehen. Aber die Stelle an sich ist ganz geil. Also ich könnte auch... Ah, den kannte ich sogar schon. Okay. Wie auch immer. Ich den schon mal gesehen hatte. Da kann ich dann später auf jeden Fall hochklettern. Und komme dann hier zu dem Ding. Da brauche ich nicht über den Pier laufen. Oder über diesen Aquädukt. Weil der ist nämlich mega übertrieben riesig. Und der ist nicht nur übertrieben riesig, sondern der ist auch mega übertrieben unbewacht. Also ohne Deckung oder so. Kommen wir auf Flugzeug. Könnte schön werden. Ich habe welche gehört. Äh, ich habe zumindest Schatten gesehen. Da hinten. Ah ja, da sind welche. Okay. Machen wir mal noch ein paar weg. Damit wir das mit der unterdrückten Deckung hinkriegen. Die Halswirbelsäule durchgeschossen. Das tut weh. Sind die da hinten jetzt Aware? Ja, sind die. Natürlich sind die das. Aber Geist, ne? Ja, natürlich Geist. Hat also keiner gesehen. Ich habe höchstens vielleicht noch welche aufgeschreckt, die vorher nicht irgendwie durch die Gegend gelaufen sind. Äh, 10 von 15. Ja, das kriegen wir dahin. Das ist ja easy. Das soll ja kein Problem sein. Und mal eben 5 Typen mit Unterdrückungs... Hier, ne? ...so zu killen, dass wir nicht gesehen werden. Wir sollten uns nur da drüben um die kümmern. Weil, wenn ich mich recht erinnere, ist da oben nämlich richtig kacke hochzukommen. Sei denn, wir gehen durch den Tunnel an dem Turm. Da gab es nämlich irgendwie so ein... Guck mal, da drüben ist so ein Aufgang einfach. Kenn ich noch gar nicht. Wie gesagt, ich bin letztes Mal unten durchgelaufen und hier gibt es echt so viele Wege. Das ist echt total krass. Da drüben bin ich hoch, genau. Habe ich gar nicht gebraucht. Ich weiß geradeaus, dass es einer ist, aber der ist da unten natürlich. Das heißt, der kann mir eh nichts anhaben. Genauso wie da unten der. Der kann mir auch nicht viel anhaben. Da ist ein Postenbad. Scheiße. Schieß. Gott sei Dank, ey. War das nur übertönt? Ja, Gott sei Dank. Gerade eben noch, ey. Puh. Aber die haben eine Ahnung, wo ich bin. Das ist nicht gut. Und da auf der Map muss auch einer sein. Da oben. Warum ist noch ein Gegner? Das kann ich nur nicht sehen, weil die höher liegen als ich. Das ist richtig kacke. Also wenn die Gegner höher liegen als einer, als man selber ist, ist richtig scheiße. Ich will nur die XP mitnehmen. So, erstmal ins Gebüsch. Gehuscht. So, ich bin wieder safe. Kann ich da oben einen sehen? Nee, ne? Ärgerlich. Da unten ist der. Der ist das. Ist der das? Ja, das ist der, den ich gesehen hatte. Ich verstehe. Ist natürlich jetzt nur nix flugzeugtechnisch irgendwie auf dem Weg hierhin. Aber ich könnte von hier, dass man hat auch Kummer. Immer dann, wenn man es nicht braucht. Ist das jetzt ein Blattwerk-Kill oder ist es keiner? Hat der keinen Helm? Warum nicht? Kopfschuss, Inventerie übertönt, erhöhtes Terrain, Kopfschuss, Gewehr-Kill, leere Lunge, Geist. Kein Blattwerk-Kill. Was ist denn Blattwerk-Kill? Warte mal. Gab es doch immer diese Hilfe, aber da komme ich natürlich jetzt nicht dran an die Hilfe. Was ist denn ein Blattwerk-Kill? Das wüsste ich jetzt selber gerne. Ich habe noch keine Ahnung, was das sein soll. Wenn irgendwas interessant ist drin, ne, muss ich nicht. Aber viele Gegner gibt es ja auf der Insel, sonst, oh, hätte ich da runterfallen? Ach, guck mal, ich laufe durch die Höhle. Haha. Könnte, da kannst du mich nämlich mal. Ja, ja, ich weiß, ich habe volle Lunge und bla. Bin ich hier das letzte Mal schon durch? Ja, hier bin ich das letzte Mal schon durch. Und dann unten weg abgehauen. Das heißt, da rechts liegen jetzt nur ein paar Leichen und keine Gegner mehr. Seitdem, da haben neue Leute, neue Patrouillen, also, ne, wieder in Posten übernommen, aber das bezweifle ich stark. Das heißt aber, dass wir hier unten erst mal safe sind. Hier oben sind Gegner, das heißt, wir können uns aber hier unten hin, hier ist ein Gegner, wie kommt der da hin? Wir können uns aber hier hin durcharbeiten. Hier ist so dran vorbei und dann hier zu dem, zu dem Turm. Und dann können wir alles bis auf den Offizier zerlegen und den Offizier machen wir wieder so wie gerade oder wie für euch in einer der letzten Folgen mit einer Stolpermine. Da darf mich nur keiner sehen. Ach guck, die kann man immer noch durchsuchen. Die haben bestimmt irgendwie, ah, Gewehrmunition. Ich kann nicht mehr finden. Ich dachte, die hätten vielleicht irgendwie Abschiedsbriefe oder so. Was man so findet halt schon mal bei den Typen. Gewehrmunition voll. Ja, ist rein. Wie will ich denn mehr? Okay, so. Gucken wir mal, was hier so rumliegt. Ammo? Ich glaube, da hinten ist noch ein... Ist das was? Nein. Ist noch ein Verbandskasten. Jetzt müssen wir erst mal gucken, was hier so los ist. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Gegner. Da ist schon mal der Werte... Der Werte... Hallo? Viktor Breyer. War so vieles überzeugt? Ah, Viktor ist überzeugt, dass Deutschland den Krieg gewinnt. Da muss ich dich... Fürchte ich enttäuschen, Junge. Vinzenz Krugenberg. Was? Keine Rauferei aus dem Weg. Ah ja, so einer bist du also. Den nehmen wir natürlich mit. Machen wir jetzt mal direkt. Äh. Okay, da war die Zielhilfe. Sonst wäre komplett off gewesen. Machen wir den auch. Hier liegen bestimmt noch irgendwelche Sachen rum. Jawohl. Unterschallgewehrmunition und Pistolenmunition. Sehr schön. So. Da ist noch einer. Da ist noch der Severin. Berufssoldat seit 38. Ich könnte den anschießen. Huch. Was? Habe ich jetzt für ein Achievement bekommen? Für nix. Für mit der Maus über den Typen gehen. Äh, über den Generator gehen. Das ist ja sinnvoll. Ich bin ja auf jeden Fall schön im Schatten, aber so richtig gedeckt ist das auch nicht. So. Hier gefällt mir das schon besser. Da hinten, die können wir nicht sehen. Aber die können wir nicht sehen. Die sind aber auch nur die drei, ne? Kann das sein? Ich weiß, in dem Turm ist keiner drin. Die Türme sind immer leer. Zumindest die oberen Etagen. In der unteren, da sind immer nur Sachen von denen so generell Zeug drin. Shit. Komm. Scheiße. Boah, das war knapp, ey. Scheiße, die haben eine grobe Ahnung, wo ich bin. Das ist nicht gut. Aber ich muss ja noch auch noch jede Menge Leute mit einer Uzi töten. Also dürfen die mal gerne herkommen. Weil dann mit den Übertönten habe ich eh gleich fertig. Dann kann ich gucken, dass ich was anderes schaffe. Also ich müsste diese Herausforderung jetzt auch nicht machen, aber ähm Why not? Ich denke mal, es gibt noch Bonus-XP oder so. Ich habe keine Ahnung. Könnte ich mir vorstellen, dass es Bonus-XP gibt. Einfach mal hier rein. Gucken wir mal, ob wir jetzt noch jemand anderen sehen. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier scheinen echt nur noch die beiden zu sein. Ist ja easy. Die können mich gerade eh nicht sehen. Ist hier wirklich keiner mehr? Ist ja verrückt. Ich hätte gedacht, da kommen mal mehr. Komisch. Wir hätten hier verschwören können. Da kommen Flugzeuge. Komm, machen wir noch einen Überdeckten. Warum denn nicht? Ja, komm. Komm, ich habe eh leere Lunge. Äh, ins Herz am besten. Ach komm, wir machen Kopfschuss. Ins eine Ohr rein. Durchs andere Ohr wieder raus. Kommen da noch Flieger? Nicht mal ansatzweise. Ich könnte natürlich jetzt hergehen und den mir einfach so schnappen. Ball. Der war zwar nicht übertönt. Aber, ach scheiße, da unten war noch einer. Kacke. Okay, der kommt hier hoch. Den mache ich mit der Uzi. Den Typen schnappe ich mir mit der Uzi. Wenn der mal hier hochkommen würde. Tut er natürlich nicht. Der Arsch. Oh, da war noch einer. Die ich noch nicht gesehen habe. Tatsache, da sind zwei. So, da sieht man mal, wie, äh, okay. Wie krass, äh. Okay, der ist da unten. Wie krass, äh, aufmerksam die alle werden, sobald ich die normalen, sobald ich normale Munition benutze. Also, weil ich nicht die, ne, nicht normale Munition, sondern sobald ich generell ohne... Huch. Sobald ich hergehe und keine schallgedämpfte, oder kein, kein, kein Übertönen benutze, oder schallgedämpfte Munition. Da geht's direkt voll zur Sache. Okay, da unten bei dem Typen müssen da hinten noch zwei sein. Ich weiß noch gar nicht, wo. Kann ich die vielleicht schon sehen? Nicht so wirklich, ne? Bei dem Typ weiter rechts. Oh, dann sind die ganz da unten, okay. Aber die hab ich gesehen. Sehr gut. Ach, ich könnte beide jetzt töten mit... Ach, ich hätte beide mit dem Ding töten können. Ärgerlich. Jetzt schaff ich's aber nicht mehr. War früher Korknabe. Okay, was ist mit ihm? Ihm fehlt sein Hof. Der war mal Bauer, anscheinend. Okay. So, gehen wir mal hier in den Turm hoch. Erstmal ein paar Leute looten. Oh, ich muss einmal drücken. Okay. Hier was einsammeln? Erstmal die Hundemarke wegmachen, weil die nervt. Da ist auch noch einer. Relige Infanterie. Das Gute ist, jetzt hab ich hier dauerhafte Überdeckung. Ist voll geil. Hat er da einen gesehen? Da. Okay, da hat sich wohl gedacht, der läuft dann doch nicht lang. Muss die erstmal alle markieren. Läuft der am Strand lang? Ja, da kann ich ihn nicht sehen. Ich geh mal hier hoch. Deswegen ist ein bisschen Ammo, hatte ich kurz gedacht. Gibt's aber gar nicht. So. Wollen wir da erstmal checken, ob wir hier oben nicht noch einen finden. Den haben wir. Da können wir noch einen in die Luft jagen. Ja, ich weiß, dass die Folge vorbei ist. Da ist der letzte Vogel. Da ist nochmal ein LKW. Das sind aber auch Gegner Massen, ey. Meine Güte. Da ist noch einer. Und immer da unten war der Offizier. Ha. Ist das richtig, dass ich jetzt hier die ganze Zeit Überdeckung habe? Nein, natürlich nicht. War nur markiert. Super. Hat prima funktioniert. Müssen wir hier unten rein. Ganz vergessen. cerebral. Ich glaube, es ist alles gut. Immer wieder. Ich glaube, es ist alles gut. Ich glaube, es ist alles gut. Ich sehe euch. Ich sehe euch. Ich sehe euch! Ja, ich sehe euch. Und ich sehe euch, dass ich hier über das Tall ause. Und ich sehe euch, wenn euch das grammaren möchte. Ich sehe euch, wenn euch das mal hin. Und dann verönt ihr euch. Schnell euch da auch bitte. Und dann einfach auf meine Gefühle. Und dann. Ich sehe euch an. Hier wird auch noch einer. Da sind doch noch mehr da unten, oder nicht? Da hinten ist der letzte. Das geil ist, dass man ja auch so durch so kleine Lücken durchschießen kann. Das Spiel dafür tatsächlich gut genug programmiert ist. Als das funktionieren würde. Finde ich super. Und ja, ich weiß, ich habe gesagt, die Folge ist vorbei. Und jetzt mache ich die Folge auch mal vorbei. So, gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann holen wir uns da unten den Offizier. Macht es gut. Tschüss.